Risen 2 und Fallen ausweichen, müssen wir natürlich auch kämpfen und unseren Charakter weiterentwickeln. Und zu einem guten Piraten gehört natürlich auch ein Schiff. Risen 2 bietet ein tolles Abenteuer und eine emotionale Seeräuber-Atmosphäre. Das Spiel erscheint für den PC am 27. April und für die Konsolen am 3. August. 2 2 4 6 7 8 10 10